Wir haben geschwiegen, doch nun gibt's in Liepen eine Premiere bei Möhrchen und Beere. Vom Schulhäschen-Report zu sehen sind Hasen und Leute vom Ort. Es geht auch um Würmer, um Füchse und Rinder und auch um das Wissen unserer Kinder. Denn oft wird getitelt, den Kindern vermittelt, die Bauern sind schlecht und das Stadtvolk hat Recht. Das hat uns berührt und dazu geführt, zum Ausdruck zu bringen, was uns so bewegt, zu zeigen, wie gut uns das Landleben prägt. So wurde gebastelt, gebaut und gehämmert, in der Hoffnung, dass es bei einigen dämmert. Wochenlang wurde dann demonstriert, beharrlich geblieben und nicht resigniert. All das führen wir hiermit fort, mit dem Schulhäschen-Report. Wochenlang in der Willen